Hey Leute, willkommen zu Trouble in Terrorist Town. Der Zug ist falsch abgebogen. Da hat jemand an den Weichen rumgespielt. Das ist so. Was? Der kommt da durch? Aber irgendwie... Jetzt reicht's, Adler. Hey, wir sind bei dir. Ich wurde gebeten, eine Einleitung zu verfassen. Falsch, stopp. Ja, eine Einleitung, nicht nur ein Roman. Ein anderer bekannter YouTuber hat den Zug gefahren. Doch, nicht mal bei den Oscars reden die so lange. Nicht mal der Leo gestern. Er hat so lange gelabert. Der hat sich auch noch geholfen. Ich bin schade, dass Leo sich nicht beim Internet bedankt hat für die ganzen lustigen Memes oder so. Ach, ich dachte mir auch, das wäre viel witziger. Es kommt noch, er macht noch ein Meme. Pass auf, er macht den Zellweizismus. Der Banane nebenhalten müssen, die neben Oscar. Hier unten eine Banane zum Vergleich. Hier, Margot geshoppt. Ich glaube, es ist da, Lukar. Schieß ihn ab. Es ist da. Nee, ich bin hier. Ich bin hier. Nee, ich bin hier. Ich bin hier. Nichts, Helping. Ah, hier ist ein Eimer. Goodrun. Das ist kein Eimer. Kommst hier nicht hoch. Ey. Gerübt. Ey. Der hat mich bedrängt. Nee, jetzt will ich Popkill. Hilfe. Huschka. Was ist das? Huschka. Hast du deine Foundation schon aufgetragen? Oh sorry, ich weiß nicht, dass du da drauf stehst. Kennt ihr diese Worte? Foundation. Eyeliner Foundation. Warum hat man bei Rust, um sich ein Haus zu bauen? Aha, ja. Warum hat Liquid Schaden? Eyeliner Foundation? Liquid, warum hast du einen Schaden? Ja, ich bin auch jetzt eine schöne Prinzessin. Ich habe untergeschminkt. Weil ich irgendwo runtergeschminkt bin. Aber ich will mich gleich mal aufgeräumtieren, weil ich habe mega die Hyping. Was? Was? Mega die Hyping in Garry's Mollis? Ich bin unschuldig. Ja, 430. Ja, 430. It's real. Okay, Ging-Wall confirmed. It's real. Ja, hier. Ich shoppe jetzt nicht. Juli ist es. Ich shoppe jetzt nicht. It's real. Juli ist es. Ey, du musst die abknallen, Nils. Die kommt durch das Fenster. Sag doch nicht immer mein Name. Nils. Goro, dreh dich doch mal um und guck dir das mal, was Liquid da macht. Er macht gar nichts. Guck dir das mal, was Liquid da macht. Was macht Liquid? Der hat einen hohen Ping, Nils. Juli ist es. Ich weiß, der hat den da getötet. Ey. Hey. Er hat einen hohen Ping und einen kleinen Ping. Juli und Maru. Kein Grund, ihn abzuschießen. Ey, hier ist zurück. Ja? Komm mal mit. Aber ich habe jetzt geshoppt, Nils. Danke. Oh, hey. Da ist noch jemand. Ey, Nils. Ganz vorsichtig, mein guter. Sorry. Oh, Nils. Nils. Du hast das hochgehoben, weil es dich geschossen hat. Ach ja. Du weißt, was explodiert, Nils. Komm, jetzt lass wirklich mal den... Ja, guck mal. Wer da, wer da, wer da. Plötzlich ist er wieder da. Immer wieder da. Was war das? Er hat gerade richtig ausführlich geshoppt. Ja, er hat sich alles... Nein, guck doch jetzt mal eine Ping an und guck... Er hat sich das sogar durchgelesen. Hallo, Kinder. Oh! Es ist da, Lu. Du warst es nicht mal, Nils? Du warst hier sowas von confirmed. Hallo, ich hab hier noch ein Baby. Ich hab hier noch ein Baby. Baby. Schau! Du hast dich sogar perfekt hingestellt und hast fast in die Fressen zu ballern. Du brauchst nicht doppeltreden, in-game. Bitte? Du redest in-game. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, Gott. Juli spricht. Ist das so, wie er als Endbedoppelte? Oder welcher Chat war das? Uh. Uh, okay. Aber nur in-game. Hi, Juli. Juli, du hast Dauersenden an gerade, in-game. Ich weiß. Hör Juli nicht. Ich weiß nicht. Was, du hörst Juli nicht? Dann wissen wir, in welchem Team du spielst. Ah, hier brennt. Ich hab Juli auch in der Preparing nicht gehört. Er hat's auch nicht geredet. Oh, kommt mir grad nicht raus. Der Botster. Ja. Von Max. Was denn? Goro? Goro ist es. Wo ist er denn? der Ringelpiept mit anfassen? Dadurch tot. Der Ringelpiept! Feuer weg! Ein Ringelpiept. Der ist das eine Feuer weg, da kommt das nächste Feuer. Klingelpiept. Was zur Hölle? Goro ist es? Habt ihr für ein Klingelton? Also Goro. Das ist ein Märtyrer, oder? Is meistens Dadosch oder so. So ein Märtyrer. Was empfängst du denn eigentlich die ganze Zeit? Was? Das sieht voll cool aus, wenn Juni immer zu vorkreift. Warum liegen hier Leichen? Also der Maxi hat Goro erschossen und Goro ist in die Luft geflogen. Warte, hier kam... Ida date is gold. Maxi verfolgt mich leider. Warum? Leider? Müssen's auf Go, Liquid und Darosch sagen. Liquid und Darosch. Guck mal wie Juli hier steht an ihrem Ohr immer so hell. Hallo? Hallo? WTF dieser Hall von Juli? Können sie mich hören? Hallo? Frau Versal? Hallo? Das klingt schon so ein bisschen stuki. Das ist wie so ein Geist, der heult hier in den Gemäuern ey. Ich weiß, ich bin tot, aber sie weint gerade. Was? Wo kommst du denn her? Hier wieder. Juli steht jetzt hier? Juli steht ja schon die ganze Zeit. Juli drückt jetzt alle Knöpfe einmal bis in die Rede. Wir wissen gleich, wenn es aufhört zu senden, ist es Kuntraten. Hä? Ach so! Ach Goro! 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 Der Goro ist doch schon ganz alt confirmed. Ja, aber ich hab hier noch... Ich äh... Goro ist auch tot, oder? Lass es wie Selbstmord aussehen. Oh nein. Also du belebst ihn nochmal wieder, um dann auch noch mal zu töten. Ich bin verwirrt. Oh, Juli hat aufgehört zu reden. Oh Gott, Juli ist tot. Ich war schon lange bei ihr weg. Das ist gerade erst passiert hier. Klappotz da, Mann! Maxi schießt auf mich! Ja klar, Bodz da, Mann! Auf frische Tarte tappt. Ah! Der Taube! Oh, der arme Goro! Der Taube! Wer liegt denn jetzt eigentlich noch? Ich... Wer liegt denn jetzt eigentlich noch? Ich... Ich geh im Kreis zurück. Ihr seid alle noch böse, die am Leben sind, oder? Ja... Möglich. Aber kannst du jagen mich? Ich jag dich nicht, ich jag die ganze Zeit schon Grand. Jetzt hab ich's wieder nicht. Oh, er ist runtergefallen. Ich heil mich jetzt. Da ist aber noch jemand. Er ist... Er ist... Ich heil mich jetzt. Maru ist tot. Maru ist es! Maru, du hast überlebt, oder? Nein, nein. Ja. Ach, hat er. Dein anderes ist Kunran. Der einer von euch beiden, definitiv. Er ist gerade mit Kunran zusammen hier rumgelaufen. Ich verstecke mich einfach. Das machst du schon. Ah, hinter mir! Kunran! W trên 2, 3! Halt so. Oohh! Sh approved! Fire! 222 Diee! Entschuldigung! Was ist das jetzt für ein Geräusch? Nein! Ich hatte deine DNA. Ich hätte es trotzdem noch so richtig in die Mikrowelle locken können. Oder die Mikrowelle. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Hat es dann nicht so gut geklappt. Ich habe es so gut vorgearbeitet. Alle Date ist tot, die Fates abgekriegt. Alle Date ist tot. Ich habe dir ins Gesicht geschossen und danach war es halt trotzdem tot. Das ist nicht gut. What the fuck? Alter Maxi, du musst ja nicht gleich durchdrehen. Ja schon wieder. Das ist immer wenn die Türen öffnet. Oh die Lee Enfield. Lee Enfield? Ich bin DJ. Ich auch. Und wenn ich mal so eine epischen Gegenstände einziehe. Nils der Klabautermann. Dies ist eine epische Waffe. Dies ist eine epische Waffe. Schnellschuss, Shotgun und so. Hast du mal Biow gespielt oder was Goro? Boah, wer hat das nicht? Ich. Damals noch Nils. Schade, dass jetzt ein Meme gestorben ist. Aber es gibt noch ein anderes, was sie da auflegen muss. Er ist bei uns! Ich würd mal sagen, da ist grad was passiert. Ich bin safe. Ich glaube, Julia ist gut. Wir sind grad Leute. Gestorben. Und zwar einen sehr schmerzhaften Tod. Sag, wer es ist. Ich hab hier grad einen Turm gebaut. Ich hab mir was. Willst du mich aktivieren? Was? Was willst du eigentlich? Oh Gott. Hier Fisk. Lass mal auf hier. Fisk is innocent. Passiert. Hallo. Ich kann nicht. Ich hab so viele Sachen schon. Oh nein. Jetzt hast du es dem Trailer gegeben. Ja, die John Bomb. Champ ist nicht da. Oh nein. Liquid hat gekauft. Die John Bomb war... Champ, bist du hier unten? Nee. Oh Gott. Liquid hat nicht gekauft? Warum stand der da rum? Wir standen Turm gebaut. Alter Kundran, Mann. Du bist ein Turm gebaut. Du standst da alleine rum. Kundran ist es. Kundran ist so lange schon dabei. Trader Detective. Trader Detective. Ja, siehst du? Das war nämlich ein Test. Du bist durchgefallen. Leute, ich glaube... Ich sag, es sind Babuschka und Maru. Nee, ich bin das nicht. Ey, jemand werft hier grad Granaten hin. Oh nein. Es sind Babuschka und Maru. Confirm. Du confirmst, ja ist klar. Ja, Fisk ist saved. Maxi und ich, wir sind safe, weil wir fast an der... Du bist bei der Schuss. Ja, wir standen an der John Bomb. Ja, stimmt. Und Fisk wurde confirmed. Uh. Und Fisk wurde confirmed. Es müssen Maru und Kundran sein. Also wenn... Maru und Kundran. Ja nicht Kundran, Maru und Dardosch. Äh, hier ist immer gestorben und es war Maru. Maru, 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 Maru. Schüss auf mich. Das heißt, Maxi ist doch nichts. Ja, Maxi. War ja klar. War ja klar, sagt er ey. Hat Nils ja ganz schön mit dem Feuer gespielt. Ja, ja, erst mich hier safe callen und dann sagen... Ich sag klar. Warst du auch an der John Bomb oder bin ich doof? Ja, ziemlich weit weg, aber ja. So grob in der Nähe. Sind wir zwei jetzt die Letzten, oder? Ah. 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 Es ist leider noch einer mehr. Wer denn? Konrad? Muss ich aber noch finden. Konrad? Hallo? Quack quack. Quack quack. Ist Liquid noch da? So, wenn ich Maxi wäre, würde ich da sein. Ist natürlich nicht so geil gewesen. Wack sie? Oh, das war schon mal ganz gut. Oh, oh. Das fand ich so gut. Eat this! Deine Freundschaft ist nicht Magic, sehe ich schon. Herzinfarkt! 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 Wenn ich den Friendship sehe, kriege ich ein Herzinfarkt. Komm schon, Maro! Ey, du hast doch die Freundschaft geschossen. Ja und? Ist ja wohl erlaubt. Nee. Nein! Nice. Ja, Goro kommt davon, wenn du mich einfach so confirmst, random. Was dann? Jetzt muss Babuschka sein. Goro war schon länger nicht dabei. Es war doch auch schon fast Babuschka. Deswegen bist du auch raus. Es war fast Babuschka. Weißt du was, Dardosh? Ehrlich, Geschminktutorials machen. Ich glaube, dass Dardosh auf mich geschossen hat. Erst fix Dardosh einen immer so an von wegen... Ja, wir machen Babos jede Woche. Für ein bisschen Action. Jetzt macht er nur noch Schminktutorials. War ja so klar. Wo bist du? Ich bring dich hin. Was? Was? Ich stehe hinter dir. Was? Du bringst dich wirklich um! Oh Gott. Babuschka. Nein. Was? Und Goro bei. Ich hab da Axt. Julie hoff zu shoppen. Wer überlebt hat, ist frei zum Abschuss. Was? Nur weil ich mal nicht lacht. Das ist normal bei mir. Also beide sind frei zum Abschuss. Beide sind... Jo. Ihr könnt euch freuen. Wir call from, äh... Nils? Bete. Nils sagt nichts. Oh Gott, Nils. Ist das... Nils, bist du das? Er hat mich angeschossen. Das ist nicht der richtige, Nils. Welche Kack-Wars haben wir angeschossen? Goro, Alter. Was geht mit dir denn ab? Oh Gott. Nein, 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 nein. Nils, ich hab ihn... Ich hab ihn dreimal gefragt, ob er es ist. Oh hell no. Er hat dreimal nein gesagt. Nils schuldet dir ja gar keine Rechte. Drei Mal nein? Na los. Einer von denen, stopp hier, Fisk oder Goro. Einer von euch beiden hat den... Ja, Goro. Oh, was ist hier los? Alter. Mann. Hey, lass das. Lass... Juli! Alle sind tot. Das kommt jetzt davon. Was ist jetzt so passiert? Oh, guck mal, Goro. Ja, war doch klar, dass Goro ist oder nicht? Ja. Du Nub, ey! Stand genau neben dir. Mann, war das schlecht. War das schlecht? Ich wollte Goro töten, aber der war auch Traitor, der Sack. Hä, warum sollst du nicht im Leben sein? Der Sack. Ich wollte grad sagen, irgendwie ist die ganze Action nicht bei uns passiert. Ja, ihr versteckt euch auch immer und bauen Türbchen und so. Ja. Ja, und dann wirst du vom Dete gekillt, äh. Ich hab doch Türbchen gebaut. Ich hab mich selbst getötet. Jetzt aber Siris hier, Kinder. Oh, hier sind wir tot. Nein, ey! Das ist mein Spielzeug. Okay, was machen wir denn damit? Komm, wir machen. Einfach jemanden sprengen. Okay, okay, okay. Das ist Botz, das Spielzeug. Los! Ich geh doch mal, geh vor, geh vor. Das ist Botz, das ist ein Spielzeug. Ja, du. Warte, 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 warte. Die Black Bamba darfst du halt nicht bleiben. Hey, warum machst du das? Du hast doch gesehen, dass ich nicht geschossen hab. Was ist passiert? Oh Gott, was ist passiert? Du hast das gemacht? Überhaupt nicht wahr. Alter! Nils wird uns umbringen hier. Ei, okay, ich bin gleich tot, Leute. Dann war es Nils. Ja, ich hab ihn jetzt... Hab ihn! Es sind Dalu und... Nein, Grenz ist ja fast kaputt gegangen. Spielen wieder die Masche. Es sind Dalu und Grenz. Spielen wieder die Masche. Diesmal können wir es nicht... ...nachzeitig sein, du Bengel. Nein. Ja, go, 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 go! Das ist doch wieder Rufmord, ey. Das ist unglaublich. Ja, das ist der Grenz von Inno. Dann bin ich auch Inno. Das ist der Grenz von Inno. Natürlich. Als Goro ist jetzt böse? Ja. Goro ist böse und Dalu auch. Bis jetzt ist... Ich bin nicht böse. Nein, nicht die. Nein. Der hat den Goro gekillt, random. Der Tringer. Der Tringer. Ah, Goro lebt noch. Dann ist den Goro mit mir. Goro lebt. Der Goro getötet und seitdem... Ich hab ihn wiederbelebt. Oh, hier, dich auch noch. Der liegt doch hier. Hallo, Kunran. Hi. Der liegt Babushka. Der liegt da. Wer ist das in diesem Raum hier? Max guckt zu gierig auf die Leiter. Da wurde irgendwas reingeworfen, pass auf. Irgendwas kommt da rum. Shit. Von wo ich angeschlafen habe. Der geht fast raus und nach außen geflogen. Vom Feld draußen. War wieder ein Vorzwald. Vom Fenster? Ja, auf die Fresse kamen die. Echohaft. Und Liquid ist in den Stub gerade. Bitte. Das ist ne Gasgranate. Ja, die kann von draußen. Liquid geht von uns. Gasoline. Das heißt, die kam auf jeden Fall nicht von Max. Ne, ne. Ich war mit drin in der Küche, ja. Liquid kam ja entgegen. Ja, man hört dich Liquid. Oh. Tut mir leid. Jetzt hab ich auch so Liquid gestanden. Doch. Vielleicht ist es nicht her. Oh Gott. Fester, pass auf, Judy. Ja, ja. Alter. Oh Gott. Oh. Was ist hier passiert? Das war Liquid. Hallo? Ja. Danke. Judy ist bestimmt auch tot. Na, Judy ist dann auch tot. War nicht Max, der hat die ganze Zeit ne Schrutzeln dann gehabt. Ich auch. Doch immer. Ich hab dich gesehen. So dann kommt mir vergleichlich nahe. Ich geh auch gerne wieder weiter weg. Ja, das ist besser. Ja. Oh Gott. Hä? Hä? Oh. Wo kamst du auf einmal her? What the fuck? Eine Drehung, drei Leute. Ja, wo kamst du auf einmal her? Ich hab nicht mal realisiert worden. Ich hab das nicht gebrochen. Ja. Es gab zwei Kunran. Ja. Da hat sich das Kunran verkleidet. 360 Grad, man hat Heidshots verteilt. Ich guck so. Die Kunräder links weg auf einmal kommt von rechts ein Kunran. Denk ich mir nur so. Ja, ich so. Okay. Das war der Witz. Kranz, ich hab wirklich am Anfang ja was fast geschaut. Das war Nils, glaub ich. Echt? Ich war's. Das ist ein Sausack, ey. Ey, das war ein Mod-Complot. Der war Traitor. Ich hab richtig gehandelt. Du warst Traitor? Aber du hast Kranz angegriffen. Eben. Hier. Lass das sein jetzt. Okay. Warte mal. Bist du... Oh, du bist Däte? Okay, schade. Sonst hätte ich's mir nochmal überlegt. Eber dir. Dätes. Hat der Däte ausgemacht wieder, oder was? Däte. 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 Däne. Däne. Däte. Däte. Däne. 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 Hier hat auch einer geschossen. Nein, ich hab auch die Kiste. Oh, Kopfball! Und auf so ne Kiste, Babuschka. Däne. 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 Oh, guck mal, wie ich das eingeladen hab! Hey, wer ist doch auf mich gespürt? Ich hab ihn jetzt. Hier, Nils. Hab's wieder rausgeholt. Das war perfekt. Däne. 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 Weil er so schnell unterwegs ist immer. Wegen dir hab ich auch noch keine Waffe. Ich tot bin, das ist immer noch Nils. Juli? Willst du meinen Arsch, ne? Willst du meinen süßen Hindernisse haben, ey? Es ist Nils, Leute. Wer kommt dran? Was für Beweise gibt's für Nils? Sind wir alle einig, dass es Nils war? Auf was für einer Basis der... Wer ist Nils? Darf ich mich verteidigen? Achso. Nein. Biscous Trader, er schießt auf Leute. Ich hab hier... Und Fisk schießt nicht auf Nils. Du hattest ja wohl... Für seine Seele. Schießt auf Leute. Schießt auf Leute. Fisk schießt auf Nils. Und beide Leute. Was sagt der Trader? Nils shot first. Und? Confirm noch immer. Dalo sagt oder was? Er hat dir jetzt ernst gemacht. Jetzt musste ich mich verteidigen. Confirm noch erst mal. Siehst du? Ich hab's confirmed. Ich bin safe. Oh, ups. Bist du safe, wenn du... Passiert schon mal. Hä? Ich hab gesagt, dass Fisk Trader... Achso. 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 Oder du wolltest ihn halt wieder ausziehen. Ich hätte ja wohl... Ich hab aufgehört zu schießen. Goba, hast du die Credits rausgenommen? Ja. Ich hätte ja wohl auf dich geschossen, wenn ich Trader gewesen wäre. Ja, ja, klar. Fisk ist es. Halt, er ist ja tot. Shit. Wow. Danke. Oh, ich dachte grad, da sind wieder zwei Kundruns. Was ist besser als ein Kundran? Ich seh zu viele Kundrans, ja. Kundran und Nils sind safe. Ich bin Eisknife. Kundran ist safe, denk ich. Welcher von denen? Und Nils sind safe, weil Kundran eins. Beide? Beide Kundran sind safe. Kundran hat die Credits nicht rausgenommen, also safe. Ah, deswegen nicht. Okay. Das ist gut zu wissen. Aber ich hätte auch tatsächlich wahrscheinlich einfach auf Nils geschossen. Genau. Aber Nils ist... Goro beschützt uns! Goro! Julie, du brauchst keinen Schutz, ja. Nein! Julie, du brauchst keinen Schutz, ne? Du brauchst, ne? Du brauchst Gleitschutz. Was? Gleitschutz? Gleitetes Zukunft bei dir? Ich geh wieder von Julie weg. Das war wirklich geplant. Gleitschutz, Rossi. Gleitschutz brauchst du. In der Küche wird eskaliert. Was war da los? Was ist hier los? Nicht? Hörte sich so an. Oh, geht die Party ab! Hier geht die Party ab! Oh Gott! Oh Gott! Das räumt! Hier wurde doch eben eskaliert. Das räumt! Ja, nu ist es doch! Dann hätte ich geschossen auf das Fass. Ich hab's erst mal gesehen. Einer gestorben, einer gestorben. Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Ich bin überhaupt nicht bei dir gewesen. Du warst eben an mir vorbeigegangen. Du bist doch an mir vorbeigegangen vorhin noch. Du lügen hab ich gesagt! Okay. Das ist Granz eigentlich. Aua ab! Ich hab den doch... Hey! Es ist... Maru... 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 Renz war's echt? Wer ist ja wieder grundlos abgeballert von Leuten. Ich hab dich nicht grundlos abgeschossen. Der Traitor ist hinter dir sichtbar geworden. Du hast den nicht umgedreht. Und er hat mich angeschossen, nicht dich. Ich glaub das ist ne... Ich glaub das ist ne... Hätte er erst dich erschossen, wenn du kein Traitor gewesen wärst. Ich hab den überhaupt nicht gesehen, denn du... Lügen kannst du! Ich hätte Granz auch nicht gesehen. Ich hab keine Waffe. Waffen sind überbewertet. Ja bei mir sowieso. Ich hatte halt Goro erschossen. Goro ist ja wie immer... Clubboxer ist wieder am Schießen. Ich wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen. Von Boster. Was? Ey, was ist das? Lass sie jetzt am Leben. Ich brauch den Kill. Was ist das denn hier? Was ist das? Wo ist Nils? Okay, dann mach ich's wirklich. Noch einer? Nee, warte. Dann mach ich doch für Goro jetzt, okay? Wo ist er? Komm in mein... Ah, hier ist er! Was ist denn das Maul? Egal was ich. Ich bin eh nur aus dem Weg. Wuscht! Einer muss die Bombe in den Dingens entfernen. Der geht hoch, oder? In der Cafeteria. Ja, Nils haben mich geschossen. Wo kommt Goro aus? Random Plasma auf Goro jetzt. Der lässt sich zwar nicht gönnt, aber du... Ich muss die Bombe in der Cafeteria... Mach doch Granz, Panikplasma. Nö, ich will meinen Karma nicht gefährden. Und ich hab leider keinen... Dadurch hat dich verletzt. Ich will Goro töten. Mach doch eine Panikplasma. Wer will Goro töten? Ich halte ihn hier in der Dusche fest. Warum habt ihr auf Maru geschossen genommen? Weil die jetzt... Boah... Der wenigstens an mir jetzt geheilt. Wer schießt da? Goro war gekillt. Hat sich auch nicht gewehrt. Der Lümmel. Ich hab nen dicken... Na, hast du ne andere gesehen? Hallo? Dicken Tumor. Das ist auch 2,3 kmh schnell, hab ich gehört. Was... Was gibt das hier für Schachtenspiele? Maru, warum blöde ich selbst? Aber echt Schachtenspiele. Hey, hinter mir ist... Oha! Da ist irgendwas passiert, aber ich weiß... Hey, geh raus hier! Ne, lass mich versuchen. Geh raus! Warum? Macht's gleich Boom. Ah! Wer hat dazu geschrieben? Wer hat dazu geschrieben? Wer hat dazu geschrieben? Wer hat dazu geschrieben? Wir sind frei! Okay, frei! Neeeee! Komm da! Los, Juli, komm! Wir können alle wieder raus! Was war's los? War die alle eingesperrt oder was? Lauf, Leute! Licken wir dieses... Beim Ausbrechen will er uns hinter... Nein! Wir müssen da rein! Hab ihn! Ich hab ihn! Ich wollte auch ausbrechen, ey! Maxi ist in der Kantine, Maxi in der Kantine, Maxi in der Kantine von France! Da ist egal! Wir sind schon draußen! Ah, die Schildkröten! Was kümmert uns, was im Knast abgeht? So, welche Wohnung nehme ich denn? Sind alle nicht so hübsch hier, ne? Sieht ja aus wie in Dortmund! Sieht wirklich aus wie in Dortmund! Wollen wir mal wieder rein in den Knast? Warte mal, Maxi ist übrigens noch! Oh, yeah! Der letzte Knast, Bruder! Uh! Da! Hier oben links! Er ist auf dem Ecke, ey! Tunnels! In der Küche! Was soll ihr denn? Heute chinesisch! Heute nicht chinesisch! Heute nicht chinesisch! Warte, sie springen voll ins... Wie viele es sind... Oh! Entschuldigung! Entschuldigung! Ah! Turtles! Eine Maßnahme gegen Turtles! Weg aus dem Raum! Ich häng! Du stehst auf einer drauf! Mein Spiel ist abgestört! Das läuft bei mir richtig hart, Alter! Shit! Meine Plastik! Hey, Julian, was bist du gestorben? An nem Deagleheader! An nem Kakvus Detes! An Kakvus Detes! Das ist zum nächsten Mal, Leute! Wah- stool, Leute! Ponie! Woh-oh-oh Pieter! Woh-oh! Vielen Dank.